Nicht verklemmt! Das ist so des Wahnsinns! Sie wird dich jetzt suchen! Lie, verschwinde! Du kannst hier eh nichts machen! Da ist der Unterschied! Zu leicht und zu schwer Das geht gar nicht, ey Immerhin hat er ein bisschen Stromfall Das sind diese kleinen Batterien Das werden wir noch sehen Und die werden wir noch lieben Also Die waren schon richtig heftig Das wird noch schlimmer Deswegen mach ich erstmal schnell noch ein Quick-Save Das werde ich noch häufig machen Sauber! Headshot! Das sind diese kleinen Midi-Station Wie heißen die? Medi-Trommeln Medi-Batterien Keine Ahnung, wie man die nennt Medi-Packs Mini-Medi-Packs Jetzt gehen wir weiter Der hat mir jetzt 5 Strom und ein Leben abgezogen Ich brauche auch Ich brauche auch Die Gegner sind auch sehr schwer zu killen Die brauchen jetzt auch mehr Schüsse Warte auf normal und leicht Ich weiß nicht, was wir für diese Stryl oder Gunchips brauchen Achtung! Gunchips brauchen 5 bis zum anderen gehen Aber normal Bitte bestätigen Sie Ihren Bürgerstatus sofort bei der Hotbox Nächsten Nächsteinheit Schon im Testvideo hat das hier geholt Aber es sieht nicht einmal aus, wer sehe Weil der nämlich jetzt ein Zug kommt Dann nehmen wir gleich Das sind Da steht Flammable drauf Entflammbar Entzündbar Ich werde noch nichts hören Kann ich gleich demonstrieren So, hier springen wir hier drauf Wir können uns doch ducken Und ich würde die gerne Oh, die verstecke ich Achtung! Schutzteam! Statusverweiterung verletzt Wir können uns doch ducken Und ich würde die gerne Gaspern Sie fangen an zu brennen und dann boom Und ich würde nicht neben so'n Ding stehen, wenn das explodiert Ich würde mich beeilen Achtung! Unidentifizierte Person! Bitte bestätigen Sie Ihren Bürgerstatus Nein, 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 nein! Wie viel Schuss habe ich jetzt gerade verschwendet? Wie viel Schuss? Wie viel Schuss? Achtung! Unidentifizierte Person! Bitte bestätigen Sie Ihre Auflaufen sofort bei der Schuss einhalten! Wenn Sie neben... Wenn Sie neben... Wenn die Dinge neben dem Fein explodieren, dann... Das sind die ziemlich gut Muss ich sagen Aber wenn Sie jetzt direkt neben... mir explodieren, dann tut's scheiße weh Ich glaube dann... Wäre ich jetzt dem Tode nah so zu sagen Unidentifizierte Person Wir sind jetzt mit... In... In... Sprachgesprungen Ich werde um den Headshot... 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 Achtung! Sie sind alle unidentifizierte Person! Bitte bestätigen Sie Ihren Bürgerstatus sofort bei der nächsten Schutzeinheit! Sind die so schwer? Nimm mal... Die sind schlau! Achtung! Später werfen... Das gibt's nicht! Reagieren... Isolieren... Versuchen... Hätte noch ein paar Lebenspunkte gehabt... Man hängt schon wirklich... Wieviel Kugel braucht so ne... 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 Sind die nicht schlau? Ich guck weg und dann sind sie da! Achtung! Geht rein! Aha! Ein! Eindämmung nicht möglich! Achtung! Hier! Unidentifizierte Person! Das geht rein! Achtung! Wieviel Kugel! Wieviel Kugel! Wieviel Kugel! Wieviel Kugel! Ne... Ich muss... Ich muss weiter... Das Lambda-Zeichen! Hier kann man's... Achtung! Schutzziele! Statusverweigerung in dieser Gegend! Das ist das Lambda-Zeichen! Reagieren... Isolieren... Untersuchen... Das ist... Das heißt, dass irgendwas versteckt, das ist gut! Das können wir nutzen! Und das ist... Angst! Ich schieße meine Beine in Speich-Munition! Öh! Achtung! Schutzziele! Statusverweigerung in dieser Gegend! Verlust! Versuchen! Jaaa... Ich habe einen Durchschuss durch die Schulter geschossen! Oh, deine Kugel! Achtung! Siehste, wir haben die Gegend gesalbert und gehen weiter! Jaaa... Bitte bestätigen Sie Ihren Bürgerstatus sofort bei der nächsten... Schutzzieleinheit! Jaaa... Nicht gut... Vorsicht! Achtung! Achtung! Schutzziele! Jaaa... Ich weiß ganz genau, was da hinter ist... Achtung! Achtung! Jaaa... Wer sich das denken kann... Hat das ja schon gesehen gerade eben... Und sobald ich schieße, wird immer ein Schuss weniger... Links... Den Schuss in den Magazin und rechts gesandt... Jetzt zum Beispiel... Jetzt laute ich nach... Zack... Das ist was man gerade gesehen hat... Müsst ihr zurückspulen... Da war so eine Batterie... Die Stationen immer gerne mitkommen... Komm her... Ich glaube die brauchen jetzt 3 Headshots... Jetzt rennt der weg... Der... Schieter... Nee... Nein! Wo ist er noch? Kassel! Ein Schuss... Klar... Ein Schuss... Da meine Waffen sowieso weniger Durchschlagskraft haben... Aber die genauer ziehen können... Ziemlich schneller erschießen können... Ausfalle erkennen... Nehmen Sie auch mal die Töne... Wie ist das ein... Warte, wer ist das denn? Nimm's zweit... Warte, wer ist das denn? Der Abfalle... Zu... Töne... In dem Jury... Ziemlich schneller... Das war ein Medipack... Er hat sich das denn... Sjus... Wie passiert mir so wenig an... Munitionen... Das geht gar nicht... Also... Ich häng hier wirklich... an einem Limit... Die Macher haben das Spiel wirklich an den Grenzen gesetzt. Man kriegt jetzt nur nur Munition, wo man die eigentlich findet. Deswegen sammle ich einfach auch was hier machen kann, dass ich auch warte. Da. Dippa dagegen. Mann, daneben, daneben, daneben. Nicht mehr da. Mann, daneben, daneben. Mann, daneben, daneben, daneben. Mann, daneben, 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 daneben. Mann, eine unidentifizierte Person. Wisse, der verabschiede einen Bürgerstaat sofort bei der nächsten Schutzeinheit. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das geht noch heftiger. Wir sind ja gerade mal am Anfang des Spiels. Ah. Die Erkältung platzt mich jetzt auch langsam. Das geht gar nicht. Kannst du ja maßen mal clinisch? Ya. Ja. Ja.